Hallo, ich bin Elisa-Marie Stolch und ich bin Schüler des Spolkernasen-Oberwuchs. Ich habe euch heute drei Übungen für die seitliche Bauchmuskulatur mitgebracht. Als erstes legen wir uns auf die Seite. Wir stützen unsere Hüfte hoch und unsere Arme legen wir zum Himmel. Dies halten wir jetzt für eine Minute. Sollte euch das zu leicht sein, könnt ihr das untere Bein anwinkeln und das andere hochstrecken. Und ihr legt immer die Hüfte ab und streckt sie ab. Ablegen und hoch. Sollte euch diese Übung auch zu leicht sein, stützt euch wieder mit dem unteren Bein ab und hebt nur das obere Bein hoch. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei!